Hallo Halbots und Rabbits! This is Pimp Your Pump! Your Monday Motivation, dass die restliche Wochen easy wird. Easy like Sunday morning, okay? Der heutige Exercise is a real classic. It's called Bangle Drücken. Bangle Drücken is to strengthen your chest, okay? Dass man die Brust stärkt. Man muss den Bangle drücken, bis du eine Tutel holst, dass man eine Dosen Padweiser draufstehen kann. Die Exercise ist das Beste, was man für die Brust tun kann. Alle haben die Übung gemacht. Everybody did it. Der Bruce Willis, der Bruce Springsteen und sogar der Bruce Lee. Und ohne Bangle Drücken, war der Bruce Wayne nicht der Superman geworden. Sondern ein Barbie-Puppen-Frisseer. Also, die Übung geht völlig anders. Looky, looky. What you need is a Bangle Drücken. Get ready, we're played ready. Push the Bangle, okay? Druck the Bangle. Druck the Bangle, push it. Und geht schon, okay? Und auf werden wir vorher nicht vergessen. Und dann Bangle Drücken, bis die Bangle gesagt, ich bin Gronkh. Und wenn du fertig bist mit Bangle Drücken, dann darfst du dich um ein Drangle drücken. Tschüss. Wir sehen uns nach der Bangle ifiden. Wir sehen uns nach dem nächsten Mal. Schauen Sie sich mal auf die Bangle. Wir sehen uns nach diesem Mal. Wir sehen uns nach des Bangle.